Rund 30.000 Menschen machen die Universität Bielefeld zu einem lebendigen und vielfältigen Ort. Zum Studieren, Forschen, Lehren und Arbeiten. Unser Campus ist in zehn Minuten vom Stadtzentrum aus zu erreichen. Ganz einfach mit der S-Bahn. Alles liegt hier ganz nah beieinander, wie eine kleine Stadt im Westen Bielefelds. An unseren 14 Fakultäten finden hier alle Studierenden ihr Lieblingsfach. Egal ob im Lehramt, in den Geistes- und Sozialwissenschaften, in den Natur- und Technikwissenschaften oder der Medizin. Wir bringen Menschen zusammen, die Neues denken und die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen. Rund um das Hauptgebäude entstehen viele neue Gebäude. Unser Campus wächst. In hochkarätigen Forschungsprojekten stellen wir die großen Fragen unserer Zeit. Dafür überwinden wir Grenzen. Zwischen Disziplinen, zwischen Menschen und zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Gemeinsam leisten wir Beiträge für eine lebenswerte Zukunft. Für unsere Stadt, für die Region und die Gesellschaft von morgen. Und wenn du eine Pause brauchst? Der Teuteburger Wald liegt direkt vor der Tür. Das schätzen auch unsere tierischen Campus-Bewohner. Das sind wir. Sei auch du ein Teil davon.